Hallo und Willkommen bei musixor.tv Wenn man abends im Garten sitzt und das Licht einschaltet, ja dann wird es richtig stimmungsvoll. Es gibt einfarbige Beleuchtungen, es gibt mittlerweile auch farbige LED-Leuchten, die wasserdicht sind und die man überall im Garten platzieren kann. Aber das allerneueste, das sind Gartenlaser. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Ihr könnt jetzt die Disco in euren Garten holen und für spektakuläre Lichteffekte sorgen mit den Lightmax Galaxy Arc Gartenlasern. Und wer das aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Der Galaxy Arc 2 ist mit einem 130 mW Red & Green Laser ausgestattet. Das Ganze ist verbaut in einem robusten Metallgehäuse, das nach IP65 wasserdicht ist. Mit dabei das ebenfalls wasserdichte Netzteil, das mit 220 Volt auf der einen Seite und auf der anderen Seite per Schraubverbindung mit der Lasereinheit verbunden wird. So könnt ihr es ganz problemlos bei euch draußen im Garten betreiben. Im Lieferumfang enthalten ist natürlich der passende Erdspieß, der einfach hier unten an den verstellbaren Bügel angeschraubt wird. Und so könnt ihr den Gartenlaser beliebig auf der Wiese oder sonst irgendwo platzieren. Man kann ihn aber auch weglassen und dann einfach hier am Haltebügel direkt mit einer Schraube an einer passenden Stelle befestigen. Eine Bedienungsanleitung in drei Sprachen ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Ja, wenn auch du der König deiner Siedlung sein möchtest, dann schau dir den Lightmax Galaxy Arc Gartenlaser mal ganz genau an bei uns im Shop. Der Link ist in der Videobeschreibung. Klick drauf und du siehst alle Daten und den Preis. Danke fürs Zuschauen. Bis bald! Möchtig! Möchtig! Vielen Dank.